Ich erwarte mal eine harte Tschechende, wo sie hoffentlich eine lange Busfahrt hinter sich haben. Die ersten vierten sind sicher, weil wir vorher gekommen sind. Wir haben sie vorher noch nie gesehen. Aber ich glaube, von den Resultaten und den Videos, dass wir schon gesehen haben, wissen wir, dass wir einen guten Gegner haben. Aber wir müssen mehr auf ihn schauen. Wir müssen da, wo wir jetzt in den letzten Spielen ungefähr genommen das weitermachen und den Momentum weiternehmen und einfach in das Spiel hineinkommen. Ja, es wird ein guter Test für uns. Wir haben noch ein bisschen mehr Hockey gearbeitet, aber das ist ein guter Team. Wir brauchen einen vollen 60, um mit drei Punkte zu kommen. Was ist die Veränderung, Tag nach Tag, Woche nach Woche für die Foxe? Ich denke, dass es ein vieles ist, wie die Leute spielen. Wir haben uns auf die Einzelnen, wie wir, wie wir uns auf die Einzelnen haben. Wir haben uns auf den Spiel zu reagieren, als wir uns auf den Spiel zu reagieren. Und es ist sicher beeinflusst uns auf den Eis. Bis zum nächsten Mal.